Wie das funktioniert, wenn man die Zeit spreizert, durfte man bei herrlichem Wetter und vielen Gästen in Ipsitz bei Spreizerbau live erleben. Kundenfreunde und Interessenten waren gespannt, wie sich das Bauwesen von Steinzeit bis zum jetzt auf humorvolle Art und Weise darstellt. Es versteht sich fast von selbst, dass an diesem Abend der Spritzer zum Spreizer mutierte. Dann war es an der Zeit, dass Hubert Spreizer die Zeit-Mischmaschine anwarf. Dann reisen die Mischmaschine und haben alles mögliche in die Mischmaschine rein getan. So sind die ersten Maurer entstanden und beim Planzeichnen war das Miteinander auch in der Steinzeit bereits wichtig. Für uns ist das Miteinander ganz wichtig. Wir haben ein junges, engagiertes Team. Im Schnitt habe ich mir ausgerechnet 30 Jahre, also da ist mein Alter auch schon mitgerechnet. Und da habe ich sogar gearbeitet, das ist wichtig, aber nicht alles. Jetzt geht es nämlich weiter mit unserer zweiten Epoche unserer Zeitreise, nämlich in die Römerzeit. Wir haben gemerkt, dass es doch das Miteinander ist, dass die Region auch stärkt. Wir haben schon Straßen gebaut, Kanäle gehabt, wirklich Meisterleistungen verbracht. Ja, das war damals so. Glaube ich, war nicht dabei. Die Quizfragen zum Thema verbanden kurzweilig die verschiedenen Zeitepochen. Wir müssen Zeit, um die Quizfragen wieder zu beantworten. Die Darstellung der Zeitalter amüsierte jung und alt, wobei ausreichend Zeit blieb, um bis in den späten Abend gemeinsam zu netzwerken und natürlich auch ausgiebig zu feiern. Bei Spreizerbau ist die Zeit auf jeden Fall ab jetzt gespreizert.